In diesem Video geht es um die besten Ozongeneratoren. Der Qualitätssieger in unserem Ozongenerator-Test geht an den Ertheriel MA10. Mit Ertheriel Ozongeneratoren verwenden wir den starken Desodorierer der Natur, um die Haushaltsreinigung zu erleichtern. Ozon O3 enthält drei Sauerstoffatome. Das dritte Sauerstoffatom macht Ozon extrem reaktiv und bindet sich leicht an andere Moleküle. Wenn Gerüche, Bakterien oder Viren auf Ozon treffen, treten Oxidationsreaktionen auf und beide Seiten werden zerstört. Ozon kehrt im Wesentlichen wieder zu Sauerstoff zurück. Halten Sie die stinkenden Gerüche fern, mit Ozonbehandlungen zweimal pro Woche. Ozon ist sehr effektiv bei der Entfernung von schlechten Gerüchen und Gerüchen aus Ihrem Haus. Nach dem Reinigen und Entfernen der Geruchsquelle erzeugt der Ozongenerator Ozon, um anstößige Geruchsmoleküle zu suchen und zu zerstören. Schimmelwachstum sieht grob aus, riecht schlecht und kann Ihre Gesundheit schädigen. Sie können nicht Schimmel in Ihrem Haus wachsen lassen. Wenn sich Schadstoffe in der Luft ausbreiten, werden Menschen krank oder entwickeln Allergiesymptome. Führen Sie vor der Ozonbehandlung eine Reinigung durch, um die Geruchsquelle zu entfernen. Schließen Sie die Fenster und Türen. Stellen Sie sicher, dass niemand und keine Haustiere im Zimmer sind und starte das Gerät. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Nobibird Ozongenerator. Neuer verbesserter Ozongenerator liefert 28.000 mg pro Stunde Ozon. Der Reinigungsbereich beträgt bis zu 300 m². Es kann schnell alle Gerüche beseitigen, einschließlich derer von Rauch, Haustieren, Kochen, Schimmel und Mehltau, Heimwerkerprojekten und anderen VOCs wie Formaldehyd, hilft, das Wachstum von Schimmel, Schimmel und Pilzen zu beseitigen und zu verzögern, Allergene zu reduzieren. Mit Hochspannungsionisation wird ein Teil des Luftsauerstoffs in Ozon zersetzt und polymerisiert. Das Ozon wird aus der Maschine in die Luft freigesetzt. Das O3 bindet sich an Bakterien, Pilze, Keime, Gerüche und andere Verunreinigungen und zerstört auf molekularer Ebene die Zellwand. Sie können die Reinigungszeit auf bis zu zwei Stunden oder den Haltenmodus einstellen. Die Behandlungszeit kann je nach Größe des Raums angepasst werden. Der Ozongenerator ist 23 x 22 x 16 cm klein und 2,5 kg leicht. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Ozongenerator-Test ist der SailNovo Ozongenerator. Mit 6000 mg pro Stunde. Ozon-Leistung ist diese professionelle Ozongenerator ideal zur Geruchsneutralisierung von selbst extrem starken Gerüchen z.B. Zigarettenrauch, Formaldehyd, zur Desinfektion z.B. Kfz-Behandlung und zur Schimmelsanierung Mehltau geeignet. Schaffen Sie eine saubere und desinfizierende Luftumgebung für Sie. Der Ozongenerator kann an vielen Orten werden eingesetzt, wie z.B. Zuhause, Toilette, Raucherbereiche, Haustierbereiche, muffigen Keller, Auto, Wasser- und Feuerbeschädigte Bereiche, usw. Sie können die Reinigungsdauer auf bis zu drei Stunden festsetzen, eine ausreichende Zeit, um hartnäckigem Gerüche zu entfernen. Es wird dringend empfohlen den Ozongenerator nur in leeren Räumen ohne Menschen und Tieren zu starten. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.